Ja, hey Leute, Remake hier, ähm, ihr wundert euch vielleicht, was das gerade war, ähm, ja, das war der Dino, den ihr gerade seht, der Tropio Gnatus, und, ich glaube, ich erzähle euch erstmal ein bisschen was zu den Fähigkeiten, und danach kommen wir zum Taming, ähm, und ich würde sagen, fangen wir direkt einfach mal an, weil, das ist echt ein super geiler Dino. So, so, das ist der Tropio Gnatus, ähm, erstmal vorweg, das ist der Sattel hier, und der hat dann auch, wie ihr sehen könnt, so einen Granat- oder Raketenwerfer, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Was kann der Tropio Gnatus außer der Skills? Er kann rückwärts fliegen, er kann geradeaus fliegen, er kann links fliegen, er kann rechts fliegen, er kann straight nach oben fliegen, er kann aber auch straight nach unten fliegen, also der hat, der ist sehr, sehr wendig, und, ja. Dann, wenn ihr Steuerung drückt, bekommt ihr so einen Boost, den könnt ihr mit dem Sprinten-Button noch verstärken, und wenn ihr dann in der Luft C drückt, macht ihr eine 180-Grad-Drehung in die andere Richtung, und ihr könnt, ihr seid super wendig, und könnt schnell drehen und vorankommen. Ansonsten hat er noch mal Angriffe, sowie die Biss-Attacken hier, und dann kommt hinzu, wenn, für den Boost braucht er übrigens, äh, Benzin, habe ich hier in seinem Inventar, und Granaten. Dann, die Granaten braucht er für diese Raketen, die ich euch gerade gezeigt habe, ich hole mir eben noch ein paar mehr Granaten. So, jetzt haben wir 109 Stück, das sollte erstmal reichen, und, ja, wenn ihr jetzt mit dem fliegt, und Steuerung drückt, also so in diese Boost-Seite, dann könnt ihr rechte Maustaste drücken, und könnt hier Raketen verschießen, und damit auch Dinos töten. Also, ihr seht, das ist gar nicht so schwach, gut, ich habe jetzt einen relativ starken Tropeo hier auch, ähm, aber das ist echt geil, ihr könnt natürlich auch schneller fliegen, und dann einfach Raketen verschießen. Das macht echt Spaß, also da kann man sich mit stundenlang beschäftigen, ähm, aber, um diesen Spaß zu haben, muss man noch etwas tun, denn der Tropeo ist nicht gerade leicht zu zähmen, ist etwas spezieller, aber ich zeige euch jetzt, wie ihr das auch ohne Probleme schafft. Zuerst einmal, wie immer, die Taming-Stats, Knockouten brauchen wir nicht, denn es ist tatsächlich ein Passive-Tame, ähm, ansonsten braucht ihr Extraordinary Kibble, also das Gelbe, ansonsten würde ich euch Raw Mutton oder halt normales Fleisch empfehlen, und Prime Meat ist er natürlich auch, habe ich da jetzt aber nicht aufgeführt, weil es fast so gut ist wie Raw Mutton, kann von keinem anderen Dino natürlich getragen werden, Spawn auf den Maps Crystal Isles und Fjordur, sonst auf keinen anderen, und die Difficulty würde ich 4 von 5 Punkten geben, weil es ist ein bisschen tricky, ähm, ein bisschen anderes, anders zu anderen Dinos, ist ein bisschen Vorbereitung, aber ansonsten ist es nicht so schwer, also es ist auf jeden Fall für jeden machbar, aber fangen wir an. So, wenn ihr ein Tropio gefunden habt, müssen wir erstmal eine Kleinigkeit vorbereiten, und zwar eine Trap. Wir fangen damit an, einfach ein paar Dino-Gates zu platzieren, so, am besten, dass ihr auch noch hinterher da durchpasst, wenn wir den da trappen, wir platzieren jetzt einfach mal 6 Stück, das sollte reichen. Auf dem letzten und auf den ersten packt ihr dann ein Gate, so, das bleibt auch zu, und das öffnen wir, jetzt müssen wir den Tropio hier reinlocken. So, was würde ich jetzt machen? Ich würde mir erstmal noch eine Netgun vielleicht mitnehmen, das macht es ein bisschen einfacher, und den dann angreifen. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, denn er wird euch grabben wollen, und der ist auch sehr schnell. Jetzt Netgun, und ab jetzt müsst ihr euch dann hier positionieren, und hoffen, dass er euch weiter angreift, sobald er aus seinem Netgun rauskommt. Ihr könnt ihr natürlich auch bohlen, müsste auch funktionieren. So, da hat er sich jetzt befreit, und wird jetzt wahrscheinlich auch sofort kommen, oder er haut ab. Ne, da kommt er jetzt, jetzt schnell in die Trap rein, und im richtigen Moment hier zumachen, das ist ganz wichtig. Und im besten Fall auch rauslaufen, es kann sein, dass er euch hier grabbt, und ihr dann erstmal stuck seid. Ich kann euch das mal eben zeigen, was ich meine. So, ja, okay, jetzt, äh, jetzt, äh, gerade will er mich gar nicht eingreifen, jetzt ist er mehr oder weniger beleidigt oder stuck. Ähm, also, ihr habt ja, äh, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr euch grabbt, dann, ja, dann grabbt ihr euch, und ihr müsst gegen den kämpfen kurz. Kann sein, dass das hier passiert, macht auf jeden Fall das Gate zu, weil, damit er einfach drin ist, weil er ist manchmal sehr, sehr tricky, ihn hier reinzukriegen. Genau das meine ich. So, jetzt hab ich's einmal gezeigt. Das kann passieren, und dann müsst ihr halt ein bisschen strugglen und rauskommen hier. So, aber irgendwann schafft ihr das dann auch ganz easy. So, als nächstes, um ihn zu zähmen, brauchen wir dann Kettenbowlers. Die sind dann das Schwierigste wahrscheinlich am ganzen Taming-Prozess, sag ich mal. Denn wir brauchen eine Balliste. So, oh, zack. Und, ja, die dreh ich mal eben so. Und die müssen wir jetzt mit, äh, Chainbowlers laden. Und die müssen wir dann auf den Tropeo schießen. Sobald er daraus dann Netgun befreit ist. Ich hatte den gerade noch einmal kurz genettet, weil ich was testen wollte. Aber, ja, wir müssen den auf jeden Fall Chainbowlern. Ihr seht hier auch, ähm, dass ihr den Chainbowlern müsst. Das steht da zum Tame. So, dann schießen wir ihn jetzt ab. Jetzt ist er gechainbowlert. Jetzt müsst ihr natürlich auch aufpassen, dass er, äh, ja, dass er da, äh, innerhalb der Range bleibt. So, wir nehmen jetzt dann das Kibble in den letzten Slot hier. Und dann müssen wir hingehen und ihm Kibble füttern. Und warten, bis er wieder hungrig ist. Ähm, kleiner Tipp. Ich habe jetzt natürlich hohe Rates. Wenn ihr auf eurem Server seid, dann schlagt ihn vorher. Ja, am besten erstmal Netgun und dann schlagen. Warum? Weil er dann, äh, Leben verliert und, oh, jetzt hätte ich ihn fast getötet, und Hunger bekommt. Ja, das heißt, das ist dann deutlich einfacher, ihn wieder zu füttern. Denn ansonsten hat er erstmal gegessen und so verliert er sehr, sehr viel Hunger. Und ihr könnt ihn deutlich einfacher zähmen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt keine Mod habt, so wie ich, äh, also, dass ihr das Leben sehen könnt, hier eine Lupe benutzen. Und ihn dann angucken. Jetzt hat er 500 von 2300 Leben. Und jetzt werdet ihr, wird halt mit der Zeit das Essen relativ flott runtergehen, ähm, wenn er halt aufwacht und anfängt, sich hochzuhallen. Dadurch bekommt er halt schneller Hunger. Ähm, also ist kein großer, großes Hexenwert. Und ihr braucht nicht so viele Chainballers dann auch, weil ihr ihn einfach mehrfach hintereinander dann füttern könnt. Kann ich euch gleich, ja, gut, er wird ja beim nächsten Mal gezamend sein. Aber einfach mal als Tipp, dass ihr daran auf jeden Fall denkt. So, dann haben wir ihn da wieder. Er ist dann vielleicht auch schon wieder ready. Jetzt habe ich natürlich daneben geschossen. Ist dann etwas tricky, wenn er... Ah, da ist. Also vielleicht müsste die Balliste dann auch noch etwas verschieben. Oder wir müssen uns Agro wiederholen. So, jetzt haben wir wieder sein Agro. Dann können wir ihn wieder abschießen. Und dann füttern gehen. So. Oh, jetzt hatte er tatsächlich auch, äh, weil wir ihm Schaden gemacht hatten, natürlich, äh, das... Den Taming-Process verloren. Aber ihr seht jetzt tatsächlich auch, er hat jetzt zweimal hintereinander Hunger. Hintereinander Hunger. Und wir konnten ihn jetzt zweimal hintereinander füttern. Und der Tame ist fertig. Wie gesagt, äh, meine Geschwindigkeit, äh, Tame-Geschwindigkeit ist hier natürlich etwas erhöht. Aber, ähm, generell funktioniert es eigentlich so relativ einfach. Das Einzige, was ihr braucht, ist halt eine Balliste mit Chain-Bowlers. Und dann einfach den Kollegen hier ein bisschen runterprügeln. Und dann alles auf einmal füttern. Oder vielleicht macht ihr das, müsst ihr dann auch noch ein bisschen warten. Aber an sich machbar auf jeden Fall. So, das war's dann aber auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, Like, Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.